Mein Name ist Kurt-Georg Ziesinger und ich bin Dosimirror-Organisationsberater. Dosimirror ist zunächst eine Anwendung für einzelne Personen, aber wenn viele aus dem Unternehmen Dosimirror verwenden, können wir die Daten anonymisiert zusammenführen und auswerten. So können wir Auswertungen machen für den Gesamtbetrieb, für einzelne Standorte, für Abteilungen oder für Tätigkeitsgruppen. Und so können wir feststellen, wo besondere Gefährdungen im Betrieb vorliegen, an welchen Stellen besondere Belastungen vorliegen und welche Mitarbeiter die höchsten Gesundheitsrisiken tragen. Wir unterstützen die Unternehmen dabei, die Dosimirror-Ergebnisse zu interpretieren und in Handlungsstrategien zu übersetzen. Denn nur wenn auf Basis der Ergebnisse sich im Unternehmen etwas verändert und die Arbeit gesünder wird, ist das Ziel von Dosimirror erreicht.